Daniel? Ja, du Arschwotze. Lass mal so Mädchenskins runterladen und so tun, als wenn wir richtig nuttig und uns ein paar Typen klären. Gerne. Okay, Alter. Und wie siehst du aus? Daniel, guck mal, Daniel, guck mal, Daniel, guck mal. Ich muss auch sagen, ran ans Klären, Alter. Mein Name, Gulasch Anna. Da, 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 da. Der sieht schon notgeil aus. Beute! Er beißt an, der beißt an. Oh, der beißt an. Warte, ich klär ihn mir mit meiner girly-Chat-Power. Er sagt, er will skypen. Benenn dich Irrm in Anna. Okay, ich hab mich umbenannt. Siehst du meinen Avatar? Siehst du meinen neuen Avatar? Jetzt hat das nicht aufliegt. So, Alter, jetzt bin ich bereit für den Anruf. Warum sagt denn der nix, Mann? Junge, ich hasse den Typen. Warte. Hallo, hört man mich? Ja, genau, sag, dass dem Mikro nicht geht. Du wolltest nur, als ob dein Mikro ausspackt. Ja, Daniel, was willst du mir jetzt schicken, Alter? Was hast du vor? In Skype. In Skype hab ich den Link geschickt. Schick, schick, schick ihm das. Schick ihm das. Das gefällt ihm, Alter. What the fuck? Er hat aufgelegt. Nein. Hallo? Jonas, kennst du, äh, guckst du YouTuber? Ja. Guckst du Knuspertaust? Ja, Knuspertaust guck ich. Das bin ich, Mann. Das bin ich. Und wenn du kein Problem damit hast, dann bist du im Video morgen dabei, was bei mir auf meinem Channel rauskommt. Ich hab'n Typen geangelt. Double BG. Daniel, komm in die Lobby. Daniel, komm in die Lobby. Triple. Der schreibt TS3. Da hält der beißt an. Wollen wir reden? Ja, ja. Er denkt jetzt locker, jetzt kommen so voll die Mädchen. Hey, na? Wer seid ihr? Daniela. Hi. Ich bin Anna. Du bist Anna, okay. Alles klar, du bist Anna. So, alter Daniel, lass die nächsten anbaggern. Jetzt geht's auf, Junge. Ich will nicht wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommt bestimmt ein bisschen an so einem schwarzen Ohr. Was? Was? Ich hab'n fette Schuhe mit dem schwarzen Häuschen getrunken. Los, Daniel, jetzt rede mal mit denen. Hallo? Wie geht's? Ich bin ein bisschen erkältet. War nicht auffällig, dass wir keine Mädchen sind, oder? Also wurden wir grad offiziell verarscht. Ja, die geile Daniela, alter. Ja, Mann. Die geile. Ja, lad das bitte hoch, alter. Okay, Daniel, was haben wir heute gelernt? Das End von der Geschichte. Mädchen in Minecraft vertraut man nicht. Alles klar, auf jeden Fall sind in der Beschreibung noch die zwei Leute, die uns einen Minecraft-Account bereitgestellt haben, damit wir überhaupt diese Scheiße abziehen können. Mit Gulasch, Anna und so. Und ja, ich würde dann sagen, ciao, tschüss, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.